So, Shop-Update. Oh, der ist jetzt ganz oben, diese Bricks. Das war ja ganz unten. Ach, die, die ist auch wieder drin. Oh, was? Nur täglich, bitte? Hä, was ist denn los, die Tage? Ist ja voll wenig. Sonnenblume, die Scharlach-Natter, oder ist die so? Man sagt genau. Eleganz, desto landen. Land, da. Aufziehen. Lustig, dass er noch im Täglichen ist. Wahrscheinlich morgen noch drin und dann weg. Oder heute das letzte Mal drin, genau so. Mach dich locker. Ja, das war's. Wir haben sonst nix. Jay Belven noch drin. Hero Academia. D.C. D.C. geht morgen, ich denke mal übermorgen raus. U.S.-Zeiten, ne. Morgen eigentlich raus, aber weil das U.S.-Zeiten sind, ist es eher am 22. Haus, also am Freitag mal nie rum. Sommerlieblinge sind wahrscheinlich jetzt noch mal ne lange, längere Zeit drin. Das sowieso. So. Äh, hier. Was ist denn das? Alte Gewohnheiten. Nur vorgestellt und dann täglich. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.